Mann, ich bin immer so unschlüssig. Gibt es noch irgendwas, was ich machen muss? Das haben die dich ausgedacht, nur um die Leute für dich zu ärgern. Ja, das ist ja typisch Souls-like. Nur früher gab es diese Scharlach-Fäule nicht. Früher war es halt einfach nur Gift. Und Gift hat nicht so übel viel abgezogen. Dann gab es noch schweres Gift, also Toxin. Das hat ein bisschen mehr abgezogen. Aber das war kein Vergleich zu dem, was das hier an Schaden macht. Das ist wirklich kein Vergleich. Also ich weiß, es gibt hier verschiedene Schalter. Dann kann man sich hier zu verschiedenen Plattformen hoch machen. Aber wo die sein sollen? Ist das ein Schalter? Ich guck mal kurz. Das würde ja wenigstens ein bisschen helfen. Wenn wir hier von Plattform zu Plattform... Ah, guck mal, hier ist ein Plattform. Was macht das? Aha, aha, aha. Passiert was. Oh ja, guck mal, das ist doch gut. Aber hier drinnen, hier hinten war ich noch gar nicht. Ich hoffe, hier ist auch eine Gnade oder so. Ne, nur scheiß Gegner. Die auch noch scheiße stark sind. Oh, da ist das Gold wert. Einfach alle treffen. Oh, satisfying. Mega gut. Und hier gibt's nix. Hier gibt's nix. Und nicht mehr so viel zum Heilen. Parcours. Ah, da ist es. Würde ich wetten. Ja, da haben wir die Pilzkrone. Und weg hier. Also hier muss man später hin. Aber erst muss man zum Artists-Check. Und der ist... Hier. Ja, das müsst ihr da hin, Leute. So, sind wir da. Hier gibt's irgendwie ein Gemälde. Damit muss man... Hier gibt's auch noch ne Gnade. Ey, das Spiel ist einfach crazy. Es ist einfach so. Als ob ich hier noch nie war. Da ist so ein Gemälde. Da ist auch noch ne alte. Mit dem Gemälde, das müsst ihr untersuchen. Zack. Dann geht's jetzt wieder zurück. So, hier soll jetzt ein Geist sein. Am Grabstein, oder? Ist ja der einzige Grabstein. Müsste ja der sein. Da ist er. Ne, so ein... Habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gesehen? Der verschwindet dann. Dann könnt ihr das Objekt... Und da. Anrufung Scarabius. Und da. Anrufung Scarabius. Und der verringert die FP Kosten. Auf der Brücke müsst ihr hin. Was ist das? Boah, der will nicht leben. So, und hier gibt's jetzt einen Teleporter. Den soll man nicht nehmen. Man soll sich einfach wieder runter droppen lassen. Ah, ja. Wie gesagt, ich war hier schon. Es ist so verrückt. Man findet immer wieder was Neues. Immer wieder. Das ist einfach nur crazy. Welche Baumwolle. Und da, das ist schon so lila. Das wird der Kopf sein. Ja. Kriegsarschung Scarabius. Vor der östlichen Wand. Weg mit dir. Und dann hier rüber. Und hier rein. Das ist so crazy. Ja, dann hier rein. Ich mach mir ein bisschen Licht an. Oh, komm, hier ist die Tür. Ich war hier einfach noch nicht. Ich find's immer wieder crazy. Immer wieder. Was sich alles gibt. Ach, guck mal. Hier war ich doch schon mal. Ja, 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 ja. Das ist einfach nur eine Abkürzung. Verrückt. Okay, also meint ihr wahrscheinlich nicht das hier, ne? Climb the ladder. Okay. Machen wir. Okay. 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 Hey. Ruhe Ist ja noch ein Gegner Noch einer Oh guck mal Fast getroffen Die Truhe Mit meinem Zeichending Da war der Schimmerstein Skarabeus Nice Wie kann man da runter droppen Soll ich es mal machen Ach da kommen wir nur da hin Oh hier ist noch ein Item Noch eine Rune So To the top Exit the room on the right Ja ich weiß wo es ist Dann können wir eben Und dann kann man hier die Brücke einfach runterspringen Witzig wenn jetzt einfach random Oh ne Das Blade droppen würde Da ist er Da ist er schon Leute Den Wild kennt ihr aus meinen Videos Dann könnt ihr euch hier direkt den Schlimmsten Purporträt Skarabeus Ich glaube da habe ich es alle Da springen wir mal ne Das kenne ich ja auch schon Ja Oder Ich meine ich bin immer so unschlüssig Gibt es noch irgendwas Was ich machen muss Grab Den von Auriza Da gibt es nämlich auch einen Großbogen Den man sich holen kann Ich gehe mal hier den Weg Ich möchte auch noch einfach noch eine Stufe weiter runter Bringt das was Ja Da geht es lang Das habe ich noch gar nicht gemacht Können wir noch eine Stufe runter Das mache ich doch einfach mal Habe ich bisher noch gar nicht gemacht Da ist ein Skelett Weiß ich nicht ob ich darauf Bock habe Kann ich mal weg machen Danke Ich liebe die Waffe Ich liebe sie Das ist der Weg Hier war ich noch gar nicht Natürlich Oh wo bin ich hier Schon wieder so ein Typen Jetzt Nach oben oder nach unten Ich glaube jetzt einfach mal Keine Ahnung ob hier irgendwo eine Bucht ist Bucht 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 Ich sehe keine Bucht Da so ein Weg Hier so ein Weg Erstmal hier runter Oh ok Wenn ich mal wieder meine andere Oh ich kann mal den Bogen ausprobieren Was macht so ein Bogen mal einen Schaden Ja gut Das ist guter Schaden Habe ich das gewusst Dass der Bogen so viel Schaden macht Natürlich Nice Ok Auf jeden Fall nochmal ein Item Ein Malbeil Habe ich auch noch nicht Federtalisman des Schmelztiegels Hier ist ein Aufzug Oh Okay Ganz sicher Kommst du runter Ich glaube ich will dass der hoch geht Da kam nicht so ein Ding raus Hier hin Kopf der Großen die Bälle Ok Interessant Mann ich will mir das Spektakel angucken Blöder Sarg Da ist er halt schon Mann Ich konnte es gar nicht sehen Wegen dir du scheiß Skelett Ok Ineinander fahren Habe ich jetzt gemacht Aber ich Mann Das hätte ich mir gerne angeguckt Sind die alle weg Aber man kann auch noch auf eine Bombe fallen lassen Dann bleib mal da Das könnte sein dass ich hier runterspringen Muss Ups Ja da muss ich runter Und hier soll man runter Drop down Elevator Soll jetzt auch ein Drachen Knight sein Dann haben wir Steinsperrschlüssel Und da sind die Töpfe Und jetzt könnte es witzig werden Und dann bin ich Und dann bin ich Hat nicht geklappt. Hat geklappt. Erdenbaum, Großbaum. Bogen. Erdenbaum, Großbogen. Oh, das muss ich mir merken. Sprich erst mal hier rüber. Oh, klar, ich habe es gewusst. Maximale Range. Ich greife an. Da kommt der angerannt. So weiß, wie so ein Irrer. Nein, diese Schmühlsteine, die schmecken. Deswegen direkt hier rein. Und die Gnade mitnehmen. Oh, sogar wieder mit Steinschlüsseln. Ich hoffe, ich habe noch genug. Ja, brauche ich. Aha, hier geht es lang. Ach, hier ist es nochmal. Ach, okay. Das ist was anderes. Keinen Gegners. Flamme beschützt mich. Ach, der ist so dunkel. Ich muss ihn sowieso erst mal irgendwo hinlocken. Weiß ich doch nicht, wohin. Da oben hin. Ich muss ihn sowieso erst mal hin. Ich muss ihn sowieso erst mal hin. Alter, hatte ich wenig Leben. Das habe ich ja gar nicht realisiert. Das war knapp. Hallo, mein Freund. Hallo. Hallo, dumm Kopf. Hey, bist du blöd? Komm mit. Hey, bist du blöd? Hä? Hallo. Hier bin ich. Na ja, angreifen kannst du. Muss mir hinterherlaufen. Na komm. Komm her. Nee, komm. Irgendwo hat sich ein schwerer Züge öffnet. Perfekt. Das war's. Jetzt soll ich hier noch einen Boss besiegen. Ohne Heilung. Das wird doch spannend. Kann noch mal einen hier vorn vorbeilahmen. Ich wollte der Held von Samoa. Komm. Nimm ich. Mach ihn fertig. Ach komm. Nur den, das schaffen wir. Ja, da kann er nichts. Das war ja tschelig. Zahmau-Sachen. Zahmau-Sachen. Zahmau-Krummschwert, Zahmau-Maske, Rüstung und alles mögliche. Nice. Gut, machen wir hier auch alles. Ja. Ja, was doch. Da geht's runter. Wieder verarscht worden. Jetzt nochmal runter. Ach, hier ist direkt der Schalter. Ich kacke ab. So, hier ist offen. Rein da. Abfahrt. Okay, ja. M-Mick rausholen. Oh, so einer. Ich habe gar keine Ahnung mehr, wie man den am besten besiegt hat. Die haben die M-Mick ja schlechter gemacht. Wollte ich eine andere Waffe nehmen? Den vielleicht? Ja, Schaden reicht. Goldene Saat. Und nochmal eine Klangperle. Und eine Kiste. Todeswurzel. Ey, es ist so verrückt am Rally. Ich spiele jetzt fast 100 Stunden. Musst du überlegen, 100 Stunden in einem Game. Und andere Leute, die sind schon im New Game Plus 7 und höher. Das heißt, die haben das Game schon 7 Mal durchgespielt. Die Sache ist halt. Die haben natürlich nicht alles eingesammelt. Und ich bin immer noch im ersten Durchlauf. Im allerersten Durchlauf. Ich habe nicht einen zweiten Charakter gemacht oder so. und bin immer noch im ersten Durchlauf und versuche einfach immer noch die ganzen Sachen zu sammeln. Weil immer wieder irgendwas Neues. Immer wieder neu, immer wieder neu, immer wieder neu. Obwohl ich... Guck dir die Karte doch an. Ich war überall. Es gibt immer noch irgendwo eine Ecke, wo du nicht warst und wo du dann nochmal was findest. Kristallhülle der Akademie. Höre ich jetzt zum ersten Mal. Ich finde das total verrückt. Total crazy. Dass man das Game 100 Stunden spielen kann und immer noch was Neues findet. Und es fühlt sich immer so an... Also, wenn ich jetzt einfach ein New Game Plus machen würde, es würde sich so anfühlen, als würde ich voll viel verpassen. Was ich ja auch tue. Ich glaube auch echt, dass ich niemals New Game Plus starten werde. Kommt die anderen auf einmal her. Ich wüsste halt auch fast nicht, warum. Also es gibt... Ich weiß, es gibt zwei Sachen, die ich nicht mehr hier kriegen kann, weil ich eine Questline verkackt habe. Vielleicht drei Sachen. Aber das war es dann halt auch schon wieder, ne? Dann packen wir noch eben den Boss weg. Dann packen wir noch eben den Boss weg. Und dann geht es hier nochmal weiter. Wie schön komme ich jetzt genau hier raus. Das ist so cool. Das ist so cool. Wirklich. Wie verbunden diese ganzen Wege miteinander sind. Terra Magica. Drop by the Crystals in the first section of Elfeal. Muss ja dann ja hier sein, ne? Ich bin mir fast sicher, ich habe die doch hier... Also hier die Crystals habe ich doch besiegt. Die habe ich nicht besiegt. Oder kommen die immer wieder? Du, dass die anderen nur chillen. Dankeschön. Dankeschön. Hab die nochmal gecaught. Danke. Das ist einer von denen, droppt den doch, oder? Da. Ist das der Drop? Können wir nochmal einer sagen, die war fressig OP. Weil die Truhe habe ich... Oh. Wieso bist du nicht tot? Wieso ist die dann die ganze Zeit so... sich dann befähigen? Schlar. Ich habe hier auch noch einen Scheiß-Hund am Arsch. Ach, als... als ob! Was war das denn? Der Hund? Hä? Die macht so viel Gift. Oh, das machst du eigentlich gerne dagegen. Hör ich es einfach aus. Oh. Zieh mir dein Schwert. Gib, gib, gib. Läuter Kristallträner. Na, wie cool. Was braucht das denn, damit man was einsetzen kann? 21 Schicklichkeit. Hab ich doch. Hm, ganz cool. Gefällt mir. D auf Geschicklichkeit. D auf AK. Blutverlust. Ganz nice. Ich höre irgendwo ein Vogel. Ach da, die kämpfen. Die kämpfen hier miteinander. Komm, mach ich auch mal mit. Wieso mache ich so wenig Schaden bei dem? Oh, da ist so einer. Was macht der denn sowas? Oh, da ist so einer. Oh, da ist so einer. Vielen Dank.